Das sind die neuen Kits, die es von Hause gibt, und zwar von der Red Diamond Filter. Das sind die, die relativ bruchsicher sind. Irgendwie bringt man es sicher abeinander, aber sie sind relativ bruchsicher und sind auch etwas besser vergütet als die anderen, also die älteren Nano Pro. Und die gibt es jetzt endlich auch in einem Set. Und zwar haben wir hier die neutralen Graufilter, ND 1.8, 3.0, 4.5, also das was man am meisten braucht, und als Verlaufsfilter mit weichem Verlauf 0.6, 0.9, 1.2. Und das gibt es für das 100 und für das 150er System. Da haben wir auch Lager und sicher gute Chancen, mit diesen tollen Filtern zu starten. Vielen Dank. Vielen Dank.